All right, Leute, willkommen zurück bei Let's Play Megaman. Jetzt hab ich mir einen Gastkommentator geholt. Sag mal hallo. Derjenige, der selbst Megaman jetzt playt. Ja, wir machen jetzt Iceman, ist lag gerade. Umso besser für mich. Du hast eine Übertragung, du hast eine Aufnahme. Ich hab eigentlich Rekro... Das ist eigentlich besser für mich jetzt. Weil das schlicht für dich zu schnell ist. Okay, das ist ja gerade wirklich. Egal, so kann ich leben. Will ich aber nicht. Lech. Oh mein Gott, der wird mich töten. Au, er wird mich noch mal töten. Und er lässt sich so hier bei mir. Das sag ich schon den Lüchs. Ach du Scheiße. Nein, der Gegner ist wieder da. So. Du siehst gar nichts, ne? Also ich seh das in der Luft. Wir sind immer noch in der Luft. Jetzt, jetzt wurde ich getroffen. Ja, wurde ich schon getroffen bei dir. Einmal. Wow, dann bist du so wirklich zu halten. Alles klar, so ist es leicht wirklich scheiße. Egal, damit kann ich leben. Ich bin sehr heftig, muss nicht sehen. Alles klar, dann schalte ich die übertragen kurz aus. Ähm, dann stopp ich hier ganz kurz die Aufnahme, ne? Ähm, ich sag nicht, stopp ich die Aufnahme. Alles klar, ich kann die Aufnahme nicht anhalten. Ähm, dann mach ich jetzt so. Warte, was mir jetzt mein Name da steht. Tut's nicht. Auch sei mal, es war mir eh Wikipedia. Der ist also für alle anderen Flick, doch heiße. Oh mein Gott, lass sie doch gar nicht auf deinem Kanal. Tut's nicht. Was soll ich eigentlich in die Beschreibung schreiben? Ähm, Sea Grafter, Sea Grace. Sea Grace. Ich sehe, ob das eine dumme nehmen kann. Das ist ein Faker. Die Sucker. Mhm. Warte, wie viel Leben hab ich noch eins? Okay. Ich könnte es jetzt schaffen. Warte, was war noch mal gut gegen Eisman? Elec Man. Ah ja, genau. Was mir alles noch mal erklärt. Ja, hab ich mich auch nicht erkundet. Ich hab keinen Dank, ich habe für keinen Danke gehört. Bitte. Jetzt lag's auch nicht mal so bei mir. Ah, schon lautes Energie krieg ich mir natürlich holen. Und natürlich nicht mit dieser Waffe. Too easy. Solche Waffe machst du eigentlich die ganzen Stages normaler? Ja, eigentlich schon. Du bist doch Elec Man. Nicht mal gemacht. Egal. Oh, diese Stelle kenne ich schon irgendwo. Der schießt in drei Richtungen. Sein Toast ist riesig. Er hört nie auf. Oh, ich... Er ist overpower. Ich kann ja auch nicht sehen. Alles, was ich sage, ist, man muss einfach Elec Man. Toll. Was ich gerade gemacht hab. Das ist One-Hit-Kill auf jeden. Nein. Oh, ich fällt hier gerade so. Ich hab eine gute Cheater-Taktik. Welche? Nein, es funktioniert nicht. Bei jedem Gegner... Über jedem Gegner drüber laufen. Mit dem Magnet Beam. Oder... Never Beam. Es... Ich schaff's nichts zu cheaten. Ja, ich schaff's wirklich nichts zu cheaten. Oh, oh, oh Gott. Also, muss ich das auf dir normalerweise machen. Ich freu mich schon so sehr auf den Yellow-Level. Ich kann's nicht mal ausdrücken. Oh, okay. Den Schatz war nicht so spannend. Welche Warfess-Normal-Wood gegen den Yellow-Level? Elec Man? Warum war mir das klar? Weil Elecman der Beste ist, hallo? Ah, hm, ich hab hier gar nichts. Ich muss nur seinen Namen sagen und alle Menschen gehen mit mir nach Hause. Das ist ein Spetsch. Alle Menschen werden außer Gefechts gesetzt, würde er na guter Zeit sagen. Ja, geschafft, ach gut. Okay, bist du ganz in der Welt? Ich kann nicht verstehen, wie scheiße das ist. Ich seh nur deine hässliche Fratze von deinem Vielbild. Und du guckst nicht mal in die Kamera. Sollte ich das? Stimmt man eigentlich irgendwann, wenn man im Wasser ist? So, einfach nur mal so, damit ich weiß. Äh, nö. Aber schwimmen kannst du auch nicht. Also ist ja fast dasselbe. Naja, im L8 kann man schwimmen. Ah, schon wieder bin ich untergefallen. Ah, ich hasse diese Blöcke. Ich würde so gerne cheaten, aber ich krieg's ja nicht hin. Déjà vu. Du hast doch den Merobeam, du kaltst. Ja, ich versuch's ja die ganze Zeit, aber ich schaff's nicht. Toll, was mach ich denn? Ich will kack. Ich kann auch hier warten, bis der da kommt. Äh, okay, bis jetzt hast du das denn. Mal gucken, wie ich für sie gebraucht habe, aber ich hab sie, ich hab halt die Videos auf meinem Kanal. Also mal hab ich den 4 Minuten. Ich hab keine Ahnung, wo ich hinspringen soll. Ich mach mir das jetzt erstmal an. Dann bin ich da, dann bin ich da. Nee, von der muss ich glaub ich schon sogar da hin. Geht nicht. Hä, ich versteh das nicht. Hatte ich. Aber du hast das alles. Aber du hast den Ball nicht richtigнуюt. Aber du hast es ja auch gemacht, aber du hast mit den Ball nicht gebraucht, das ne? Das ist ja auch was. Acid. Das sind keine Ahnung. Ja, ich hab mich da. Für mich das. Jeden Ball nicht, du hast den Ball nicht gebraucht. Das ist ja auch nicht gebraucht. hochgeflogen. Ne, wir sind die Stelle danach in zwei Minuten. Nein! Jetzt hat sich doch fast... Okay, jetzt weiß ich, wie es geht. Und? Ich meine, welche Sekunden? Ich kannte die Stelle noch nicht. Ja, na und? Wann bist du bei den ersten oder bei den zweiten? Ah, ich hab's geschafft. Gut, ich war bei dem zweiten. Oh, jetzt kommt der Kack, ey. Ah ja, ich glaub, hier bin ich gestorben eigentlich. Ja, daran erinnere ich mich sogar noch. Oh, das war knapp. Ah, bin ich. Ich erinnere mich, wie voll viele Let's Play hierbei gestorben sind. Okay. Und das stimmt, dass wenn du hier stirbst, musst du natürlich die ganzen Lecke neu machen. Ja, was mich besonders ankonzentriert. Naja, wenigstens wüsste ich dann, wie es geht. Das ist schon mal ein Vorteil. Nein, das geht nicht. Man kommt nicht dran. Nein. Ich möchte gleich sterben. Nein, der ist natürlich, der geht ja wieder dauernd. Ich hab an, dass das mal fehlt. Gut, er ist tot. Jetzt hab ich das untere so lange gemacht, bis ich das obere vergessen habe. Oh, ich hab's wieder vergessen. Ich hasse die, dass du diese Stage hast. Wie viele Mirrorbeam hast du noch? Du kannst das Ganze einfach gleich überspringen. Aber ich hab's doch schon versucht. Ich schaff's nicht mit dem Mirrorbeam. Ich bin zu schlecht. Hier ist schon klar, wenn du gedrückt hältst, wird der Mirrorbeam länger, oder? Ja, warum? Er wird länger. Irgendjahr hab ich das erwartet. Aber ich hab gedacht, du machst es doch nicht. Nein, warum? Nein, warum? Fällt auch unter mir, warum? Warum bist du so fett? Du bist nicht Mario, du bist nicht fett. Mario ist auch nicht mehr fett. Ja, sie hat scheinbar abgenommen. Ja, Kinderkillen macht einen Schlag. Böse Echsen auf den Kopf. Ey, das gibt's doch nicht. Boah, ey, ich könnte mir den Mirrorbeam wirklich so leicht durchlaufen. Ja, aber ich schaff's ja nicht. Was ich übrigens nicht verstehe. Ich auch nicht. Das ist halt nicht Absicht, was man immer so hat. Ja, das ist halt nicht Absicht. Das ist, ich mach sowas. Der würde ich alles zutrauen. Oh, ich hab das Spiel durchgespült. Was? Du hast mir alles zugelassen. Du hast mir alles zugeltraut. Hallo, wer ist es? Nein! Doch, wo ist der mit der mit dem? Ah, du bist gestorben. Gämmo war? Ja. Ja. Oh, meine Waffe zu mir. Ich brauch Elecman's Waffe noch. Oh. Oh. Eigentlich kannst du sie auch nicht für die ganze Stage benutzen. Das Ding. Ey, boah, ich bin jetzt schon bei den ersten Klickern fast wieder so hoch. Na, ich hab ein bisschen mehr gekippt bekommen. Oh, man, ich hasse diese Klick noch. Ich bin tot. Ja, ich wusste es. Es ist so ein scheiß Bild. Okay, ich versag schon seit Elecman nur noch. Hm, wenn's dir hilft. Fireman ist leicht. Obwohl, da gibt's auch diese Schlucht. Geil. Geh, ich hab später nichts mehr für Iceman übrig. Ja und ich, ja, es hilft mir. Ja, ich hab, ich hab geholfen. Dann hab ich die ganze Zeit das Gefühl, ich muss schnell wieder in den Land. Kommt davon, wenn man zu viel Minecraft spielt. Ich bin da niemals Minecraft spielen. Wieso? Wieso musst du doch nicht einfach nur Minecraft spielen? Du kannst doch schwimmen. Wer auf einmal so... Aber kann schwimmen? Ja genau, in so einen Comment musst du kommen. Jetzt musst du überhaupt mal einen Comment machen. Das ist scheiße. Jetzt komm auf einmal so einen Comment, ey, ihr seid voll scheiße. Ja, ich hätte. Den würd ich sogar einen Daumen nach oben geben. Ich auch. Das sind die Lustigsten. Ja, die Hater. Ach, so niveaulos kindisch. Genau wie du. Ah ja, wie schön. Es erinnert sich an deiner alten Zeiten. An deiner jetzigen und deiner zukünftigen. Meine alten Zeiten? Oh, da hast du mir eine Menge von... Kann das auch gesagt. Ja, ob das war. An deiner alten, deiner jetzigen und deiner späteren. Boah, du meinst so eben zu festlussen dir. Gott. Na klar, jetzt bin ich zu viel gesprungen. Jetzt bin ich gar nicht... Jetzt bin ich zu spät gesprungen. Klar. Jetzt bin ich mal wieder voll zu früh gesprungen. Ich hab gar keinen gucken muss. Ich hab gar keinen Beat. Ich weiß übrigens nicht, was ich sagen soll, wenn ich dich sehe. Wo bist du eigentlich gerade? Was musst du machen? Ich bin wieder an der Stelle, wo alle Let's Player mal sterben. Ja, ich bin da gestorben. Ey, fuck doch, diese Stage. Wie soll man das denn überhaupt schaffen? Ich hab noch null Leben. Ich kann das doch gar nicht mehr schaffen. Skill. Einspruch. Warum schaffe ich das denn nicht? Und du hast den verdammten Mirror Beam und sobald du ihn losgelassen hast, auch sofort rauspringen. Dann bin ich ja besser daran, hier diese Blöckdinger hier zu schaffen. Du wirst das nie schaffen, wenn es so weitergeht. Ja, das mit den Blöcken hab ich jetzt beides auf Perfekt geschafft. Jetzt versuche ich mal den Mirror Beam hier bei diesen Dingern. Nein! Geil. Geil.